Jetzt habe ich untergeschrieben, dem Fadeschewa Mitzvah, das bin in der Neue, auch anhalten, das hat mir gemacht, das spezielle Memorandum. Wir haben geschickt für verschiedene Mannhigien von Ume, das ist der Busch, und hat mir schön alles geschickt, also es ist unsachfieren. Ich komme jetzt von Japan, ich bin gewähnt in Kyoto, in Norden Kyoto gewähnt 500 Mannhigien von japanischen verschiedenen Religionen, ich bin gewähnt, ein Zigaret, und im Meshach von den zweiten Tag, ob ich es aufreden kann, drei Mal, was ist hier? A Peinlich. Und ich hoffe, nein, interessant ist, dort ist offen die Makuya, und dort Goyim, nicht kein Gehren, Goyimamish, und die Makuya, was weiß in Hebräisch, und sie ist, sie haben insiste, dass sie schon reden auf Hebräisch, und er hat übergesetzt auf Japanisch, gleich von Hebräisch-Japanisch, einer Doktor Akira Jindo, quer auch Stefan, und er hat sprach, die Mقدrik Kippein, was ich vermutet, bei anderen Anderen, die machen es darauf, diese Galen und die Sch utenszendeي mit Ishaaya Beis und mit Ishaaya Yodalef, Jodz auch weiter mit Gesa Yishai, in Behojo Baachrisayomim of Hebräisch, und er hat das Übergesetzte auf Japanisch. Und der Ambasado in Israel, wo sie gewöhnt dort, mit mir hat gesagt, dass in Zeir Eugendes gewöhnt ein gewisses Mosfam Kiddush Hashem. Und ich habe gesagt, dass wir uns nicht mehr machen können. Aber ich habe gesagt, dass wir uns nicht mehr machen können. Und ich habe gesagt, dass wir uns nicht mehr machen können, dass wir uns nicht mehr machen können, dass wir uns nicht mehr machen können.